Hast du es auch, wenn das passiert? Wie oft ist dir das schon passiert, dass die Kunden dir buchstäblich oder symbolisch einfach die Türe vor der Nase zugeschlagen haben? Und alles, was du tun wolltest, war, deinen großartigen Service oder deine Produkte anzubieten, von denen du weißt, dass sie von enormem Nutzen für deinen Kunden sein werden. Nur er weiß das nicht, weil er nicht zugehört hat. Mein Name ist Nathalie Sabrina Dahl und ich bin Founder von der Victory Log. Lass mich dich das fragen. Wie oft ist das schon passiert, dass du sagst, ich würde ihnen gerne was anbieten und der Kunde sagt einfach Nein? Oder der Kunde sagt einfach, dein Produkt ist viel zu teuer? Ich lade dich herzlich zu unserem kostenlosen 2-Stunden-Abend-Programm namens Sales Explosion ein, wo wir dir die 5 Geheimnisse des erfolgreichen Verkaufens zeigen werden. Du brauchst nur den Knopf unten zu drücken, um dich anzumelden. Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen.